Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 20. Juni 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1212 oder 1212. Und heute mit den folgenden Themen. SBB App, Momentum 4, Tesla, Dual USB-C, USB Pay, oder genau, Samsung Pay, Instagram und Snapchat Plus. Starten wir mal mit der SBB App. Die wahrscheinlich beliebteste App oder eine der beliebtesten Apps in der Schweiz, die am meistgenutzten werden. Oder so rum besser gesagt. Und was hat die? Die bekommt noch in diesem Jahr ein Update. Das Ganze soll runder, moderner, einfacher, schlichter und besser zu bedienen sein. Ich mag ja die aktuelle App, auch wenn sie einige Dinge hat, die ich mir wünschen würde, dass sie anders wären. Zum Beispiel mit Junior-Biletten könnte man anders umgehen. Aber ich bin sehr gespannt auf das neue Design. Ich werde euch im Laufe der Woche ein bisschen was dazu tippen. Denn über die SBB Preview App kann man schon mal ein bisschen reinschauen und ausprobieren, wie die neue App funktioniert. Sennheiser hat den Momentum 4 Wireless angekündigt. Und zwar in einem eigenen Leak. Nee, es ging nicht irgendwie was über die Terrasse oder ging was verloren in der Bar. Nee, Sennheiser hat einfach selber ein paar Dinge fallen gelassen. Zum Beispiel das neue Design wurde zumindestens angedeutet im oberen Bereich zwischen Bügel und der Muschel. Und auch das Case wurde leicht angedeutet. Ein bisschen über die Materialien haben sie gesprochen, was alles mit drin ist. Bis zu 60 Stunden Akku. Active Noise Cancelling soll was ganz Schönes, Tolles mit dabei sein. Und er soll vor allem einfach anders sein. Und da bin ich natürlich als Fan des Vorgängermodells, mein Lieblings Kopfhörer, Over-Ear-Kopfhörer, sehr, sehr gespannt wie auch skeptisch. Weiter gibt es Neuigkeiten von Tesla. Elon Musk hat, nachdem das Ganze getestet wurde, schon vor circa zwei oder drei Monaten, im Geek Talk News haben wir mehrfach darüber berichtet, die Öffnung der Supercharge-Station. Genau, man hat es getestet in, ich glaube es war Holland und dann noch so zwei, drei Länder. Jetzt ganz schnell, ganz neu dazugekommen ist Dänemark, Finnland, Deutschland, Luxemburg und man höre und staune die Schweiz. Also, wer ein Elektroauto hat, kann jetzt ganz einfach auch an die Tesla-Station gehen und sein Auto dabei voll tanken. Da bin ich schon sehr gespannt. Was man einzig und allein braucht, ist die Tesla-App und zwar die mit der Version 4.2.3. Das heisst, ihr solltet updaten, falls ihr eine ältere habt und dann könnt ihr das Ganze nutzen. Es ist nicht unbedingt das günstigste, was es so gibt, vor allem im Vergleich zu anderen. Aber hey, ich meine, wann kann man schon mal am Tesla-Supercharger tanken? 70 Rappen pro Kilowattstunde werden fällig und solltet ihr, wenn das Ganze gefüllt ist, also wenn euer Auto gefüllt ist, es noch länger dran lassen, kommt pro Minute noch ein Schweizer Franken obendrauf für das Blockieren der Station. Finde ich definitiv nicht verkehrt, eben weil, ja, Blockieren von Stationen ist schon eine mühsame Geschichte. Wenn man dann aber monatlich 13,99, also 14 Franken für dieses Abo von Tesla mit reinschmeisst, dann kann man für 57 Rappen statt 70 Rappen pro Kilowattstunde tanken. Auch das ist nicht das günstigste. Aber eben, es kommt halt immer darauf an, wo man ist und sich bewegt und wo die nächste Station ist. Und wenn es halt ein Supercharger ist, der in der Nähe ist und man fein damit ist, warum nicht? Funktionieren tut das Ganze mittlerweile in Frankreich, Niederlanden, Norwegen, Grossbritannien, Spanien, Schweden, Belgien, Österreich, Dänemark, Finnland, Deutschland, Luxemburg und eben der Schweiz. Wer also mal ausprobieren will, soll das tun. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird, auch auf die Tesla-Zahlen, die da an der Börse rumgeistern. Und dann ist es endlich da. Apple hat ja das MacBook Air vorgestellt und das MacBook Pro. Für das Pro gibt es ja schon ein Bestelldatum. Für das Air noch nicht, was aber auch gekommen ist und jetzt schon erhältlich ist. Das 35 Watt Dual USB-C Port Power Adapter. Das Stromteilchen mit den zwei USB-C Ausgängen. Das gibt es für 65 Währungseinheiten, sowie in Euroen, aber auch in Schweizer Franken. Wer also in die Schweiz in die Ferien geht oder durch die Schweiz durchfährt, weil nach Italien und so weiter, der könnte doch da noch was mitnehmen. Denn eben in Schweizer Franken aktuell wieder mal deutlich günstiger als in Euroen. Dann gibt es anscheinend immer wieder Probleme mit der Samsung Pay an einem Smartphone, besser gesagt an einer Smartwatch, die nicht mit dem Samsung Smartphone verbunden sind. Die älteren Geräte, die kommt man ja noch gut ohne Probleme auch an anderen Android- und iPhone-Geräten nutzen und somit dann auch die Pay-Funktion nutzen. Das macht aktuell anscheinend, wenn man zumindest diversen Foreneinträgen Glauben schenken soll, vor allem bei älteren Modellen Probleme machen. Das ist natürlich nicht schön und wird hoffentlich nächstens behoben. Ich denke oder hoffe es für Samsung, dass es einfach damit zusammenhängt, dass sie ja gerade den Switch machen von Samsung Pay auf Samsung Wallet, was ja am 21., also besser gesagt am 17. gestartet hat, schleichend, und am 21. dann für alle offen ist. Wir dürfen also abwarten und hoffen für all diejenigen, die da Probleme haben. Ich habe meine ältere Samsung Watch auch mal wieder auf der Ladestation getan. Die hat ein anderes Problem, die will aktuell nicht richtig laden, aber da bleibe ich dran. Dann hat Instagram für Ende diesen Monat angekündigt, das Instagram-Elternaufsichtstool. Ja, man möchte sich ein bisschen grün waschen, denn man weiss ja, dass Instagram Probleme hat mit Jugendlichen und denen Dinge unterjubelt, die nicht unbedingt sein sollten, sie in Abhängigkeiten rein manövriert und so weiter und so fort. Alles in Anführungsschlusszeichen natürlich. Dennoch hat man jetzt eine Möglichkeit gegeben, dass die Eltern den Kindern helfen können, mit dem Konto umzugehen. Eltern haben Einsicht, Eltern können sehen, wer da neu als Follower dazukommt. Die Eltern können sehen oder können einschränken, wie lange die App genutzt wird und so weiter und so fort. Das Beide ist in beiden Richtungen transparent. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn es dann soweit ist. Aber für uns ist klar, unsere Mädels kriegen so ziemlich schnell kein Instagram. Hatten sie noch nicht und werden sie auch nicht bekommen. Was sie vielleicht irgendwann dann mal bekommen, ist Snapchat. Und da gibt es jetzt neue Details zum Snapchat Plus, dem kostenpflichtigen Programm. In diesem Snapchat Plus Programm, was es monatlich für 4,59 Euro gibt oder bei sechs Monaten 9% vergünstigt, bei zwölf Monaten 16% vergünstigt, ist aktuell noch sehr mau. Es ist, wie gesagt, noch nicht offiziell angekündigt. Es ist einfach durchgesichert, sickert durch erste Screenshots. Was bekommt man dafür? Ja, man kann sehen, wo die Freunde die letzten 24 Stunden waren. Nicht nur, wo sie aktuell sind. Man kann ein bisschen die besten Freunde etc. die BFFs markieren und man bekommt einen exklusiven Batch im Avatar mit drin, damit man eben zeigen kann, dass man ein Plus-Abonnent ist. Und dann sind noch ein paar andere Kleinigkeiten. Aber alles Dinge, die für mich eher, ja, die Frage ist, dass fünf Währungseinheiten pro Monat wert. Und da sprechen wir von Euroen und nicht Schweizer Franken. Da gehe ich mal davon aus, dass es dann in Schweizer Franken nochmals ein bisschen ticken teurer ist. We will see, wenn es überhaupt kommt und was da genau kommt. Snapchat hat ja im letzten Jahr schon mit kostenpflichtigen Filtern ein bisschen rumgespielt oder rumexperimentiert. Vielleicht fliessen die auch da noch mit rein. Und oder vielleicht kommt noch das eine oder andere Feature, was wir heute noch nicht wissen und wo das Abo dann deutlich interessanter werden könnte. Wir wissen es noch nicht, aber wir werden es sicherlich irgendwann in nächster Zeit erfahren. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in der Woche. Macht's gut und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.